So, hier sind wir im Magic Life Club Kalawi in Ägypten. Das ist jetzt ein Standard-Doppelzimmer mit Meerblick. Geräumiges Bad. Und hier vorne dann der Schlafbereich. Kleine Sitzecke. Fernseh. Und hier ein traumhaft schöner Blick wirklich direkt raus aufs Meer. Und wenn ihr mehr sehen möchtet, einfach auf www.fella.de nachschauen.